Willkommen zurück zum Tradesim World 5. Herzlich willkommen von der Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Vom RE6 mit der Baureihe 111, die wir heute mal hier im Einsatz haben, ersatzweise. Normalerweise ist auf dem RE6 keine 111 im Einsatz, heute sowieso nicht, aber wir machen das Ganze mal heute. Stehen hier in Bochum und fahren mit unseren Dostos nach Duisburg. Ich würde sagen, wir steigen ein und fahren los. So, im Führerstand angekommen, machen wir uns erstmal das Licht an, Fahrtrichtungswände in die Vorwärtsstellung und die Türen links auf. Wir fahren genau nach Köln-Bonn-Flughafen und schalten mal die PZB noch an. Das können wir mit STRG-Enter machen, den Bremsschlüssel stellen wir auf 1. Instrumentenbeleuchtung erhöhen wir uns noch auf 100%. So, lassen wir noch kurz unsere Fahrgäste ein- und aussteigen. Wir ziehen mal die Lokbremse an. Das ist dann soweit alles gelöst. Lichter müssen wir noch anmachen. Zugspitzensignale. Jawohl, sind an. Fantastisch, wir machen die Türen wieder zu, blicken mal aus dem Fenster, ob die Türen noch zu sind. Achso, wir müssen sie nochmal aufmachen. So, und jetzt können wir sie schließen. Gut, dann haben wir eigentlich soweit alles. Zug-Sammelschiene ist an. Zugbeleuchtung ebenfalls. Dann würde ich sagen, auf geht's. So, wir schauen, dass wir maximal die 1-2 Fahrstufen aufschalten zum Anfahren. Und dann ein bisschen die Fahrstufen erhöhen. SIFA bleibt aus. Nächster Halt ist Wattenscheid in knapp 6 km Ausfahrt mit 120. Das heißt also, wir befreien uns auch aus der Beeinflussung. Und fahren mal los. Vmax für uns ist heute 160 kmh. Unsere Lok schafft 160. Die Wagen ebenfalls. Das heißt also, die werden wir auch heute ausfahren. So, noch ein bisschen mehr Leistung aufschalten. Wir können die Instrumentenbeleuchtung noch erhöhen. Und die Anzeigenherrlichkeit ebenfalls. Und dann können wir eigentlich das Licht... Ja, so ist besser. Das gefällt mir schon eher. Dann sehen wir auch richtig was im Führerstand. Signal ist grün. Und wir können schon mal die Leistung auslaufen lassen. Beziehungsweise die Fahrstufen auslaufen lassen. Beziehungsweise, jetzt können wir auch schon wieder aufschalten. Denn wir dürfen 160 kmh fahren. Sind hier ganz normal im Fahrplanmodus unterwegs. Wo wir auch die 111 wahlweise auswählen können. Und sind hier auf Hauptstrecke Rhein-Ruhr unterwegs. So, dann einmal die Leistung wieder auslaufen lassen. Denn wir fahren 160 kmh. Es geht bergauf. Daher halten wir jetzt ungefähr mal die Lok bei Fahrstufe 16. Na, jetzt können wir doch wieder auslaufen lassen. Weil es sogar bergab geht. Genau, jetzt fahren wir genau die 160 kmh. Müssen allerdings warten, bis tatsächlich das Schaltwerk hier komplett runtergelaufen ist. Und dann erst können wir den Fahrschalter auf ausstellen. Das sollte man nicht machen, während der Zug in diesem Sinne noch Leistung aufgeschaltet hat. Und was wir jetzt auch machen sollten. Erstmal den Kollegen grüßen. Und uns bremsbreit machen. Denn Wattenscheid folgt nun in Kürze. So, jetzt kommen wir jetzt noch mal aus. Okay, ja, ein bisschen sehr schnell an den Bahnsteig. Aber okay, das passt. So, wir sichern den Zug und geben die Türen links frei. Die sind sogar ganz gut in der Zeit. Kennen wir gar nicht. Also von meinen Videos zumindest kennt man das nicht so sehr. Heutzutage fährt dann natürlich der D-Zero HC auf dem RE6 Richtung Köln-Bonn-Flughafen. Ich habe heute noch gelesen, dass National Express bekannt gegeben hat, dass wieder der Notfahrplan für ein halbes Jahr verlängert wurde in Nordrhein-Westfalen auf dem Rhein-Ruhr-Express. Oh, da hat er aber Verspätung. Das betrifft die Linien RE4, meine ich, und den RE11, die dann jeweils mit ausgedünnten Fahrplänen nach wie vor fahren, beziehungsweise teilweise gar nicht. Ich glaube, der RE11 fällt teilweise komplett aus und der RE4 abends. Aufgrund der angespannten Personallage ist das natürlich, sagen wir mal, im bevölkerungsreichsten Ballungsgebiet Deutschlands eher unvorderlaft. Aber, naja, Personalmangel halt. Das sind leider strukturelle Probleme, die leider verschlafen worden sind. Oh, jetzt haben wir ein bisschen sehr viel Leistung auf einmal aufgeschaltet. Jetzt sind wir sogar ein Sekündchen zu früh abgefahren. Wir gehen mal lieber hier in den Z-Stellerbereich. Ich habe das lieber so, dass wir hier im Grunde genommen wie eine moderne Drehstromlock einfach den Schalter, den Hebel nach vorne legen und entsprechend auch Leistung aufgeschaltet wird. Aber man kann natürlich auch die Fahrstufen einzeln hochlaufen lassen. Eigentlich im Grunde genommen ziemlich ähnlich wie der Intercity-Steuerwagen. Der lässt sich ja eigentlich genauso fahren. Ich meine, das sind doch die Salzburg-Rosenheim-Dostos, oder? Wirkt auf mich ein bisschen so. Vom Sound her zumindest. Na, ich konnte es jetzt gerade nicht lesen. Moment, das geht doch anders. Die Regioagrieregion Südosten Magdeburg. Na, okay, doch nicht Salzburg-Rosenheim. Nächste alte Stelle, Essen, Hauptbahnhof. Wir dürfen wieder auf die 160 hochbeschleunigen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob auf dem R6 jemals die 111 wirklich gefahren ist. Früher, wenn überhaupt. Aber die 111 ist ja durchaus in NRW sehr gut beheimatet an den einen oder anderen Stellen. Vor allen Dingen eben auf dem RE4, wo ja noch relativ lange die Lok 111 gefahren ist. So, einmal auslaufen lassen. Denn gleich kommt die Geschwindigkeitsherabsetzung auf 140. So. Hier ist die Ankündigung dafür. Daran zu erkennen, an dem nach unten gerichteten Dreieck mit der 14 drauf. Das Ganze multipliziert mit 10 ergibt die nächste Geschwindigkeit, die dann gilt in der Regel ab dem nächsten Hauptsignal. Was dann hier der Fall ist. Ja, das passt ganz gut mit Fahrstufe 12. Können gut die Geschwindigkeit halten. Sind jetzt aber auch schon nicht mehr weit weg von Essen, Hauptbahnhof. Lassen wir mal auslaufen, beziehungsweise halten mal in einer niedrigen Fahrstufe. So können wir im Zweifel relativ schnell reagieren, ohne zu schnell Geschwindigkeit zu verlieren. So, das ist die 100er-Ankündigung. Wir machen das mal mit der E-Bremse. 100 kmh sind auf dem Tacho. Ziemlich perfekt zum Hauptsignal. Aber wir lassen mal die E-Bremse drin. Wir müssen nämlich eh jetzt gleich anhalten. Da sehen wir schon die sogenannte Skyline von Essen. Die sieht in Realität doch nochmal ziemlich anders aus. Wenn man hier wirklich hineinfährt nach Essen, dann sieht man doch ein paar mehr Häuser. Ein paar mehr höhere Häuser. Aber gut. Und wir halten auf Gleis 2. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Links dieses große Gebäude ist, glaube ich, unter anderem ehemaliges Bundesbahngebäude gewesen. Auch die Postbank hatte ihren Sitz dort gehabt. Auch die CDU, meine ich, war ebenfalls in diesem Gebäude drin. Lange, jetzt aber mittlerweile auch nicht mehr. So, Türen auf. Und Fahrgäste ein- und aussteigen lassen. Genau. Was haben wir noch? Hier ist der Handelshof, der, ja, immerhin, also man erkennt, was das sein soll, auch wenn das Gebäude nicht ganz richtig ist. Das hier ist mittlerweile ein, also das war früher ein anderes, das ist auf jeden Fall jetzt mittlerweile ein Hotel. Und dann haben wir das Bahnhofsgebäude, das, sagen wir mal, nicht besonders von Schönheit umgeben ist. Hier in diesem Würfel, den man nur so in dieser Dunkelheit sehen kann, befindet sich ein Fastfood-Restaurant, für das ich nicht weiter Werbung machen möchte. Ja, und alles praktisch, ja, also hier, sagen wir mal, Essen wurde hier sehr fiktiv interpretiert. Also, das sieht alles, also man erkennt, was es sein soll, aber wenn man weiß, wie es in Realität aussieht, dann, ja, ne? Genau, und hier, wie gesagt, ehemaliges Bundesbahndirektionsgebäude oder so ähnlich. Hier, Debi Schenker, das passt eigentlich sehr gut, das Asset, das sieht sehr gut aus. So, ich kann schon mal die Bremsen lösen und langsam Leistung aufschalten. Ja, und ansonsten... Die andere Seite vom Hauptbahnhof, ja, also man erkennt es auch, was es sein soll, aber die Realität ist dann doch sehr anders. Oh, ich höre eine S-Bahn. Da ist eine S-Bahn. Sehr schön. Und da fangen wir aus. Schöne. Die nächste Seite ist dann Mühle am Hauptbahnhof. So, und ab hier da 160 gefahren werden. Da fährt wieder die S-Bahn ein. Könnte die S-9 sein. Einfach Traktion 4,22. Und hier ist der RE2. Der, der, glaube ich, bis heute mit Dostos unterwegs ist. Und nach 146. Wir können mal vielleicht hier die Stelle einmal nutzen, um ein Foto zu machen. Dann haben wir nämlich das auch erledigt. Wir ändern vielleicht noch ein bisschen was hier an den Bedingungen. Machen wir mal ein bisschen die Helligkeit höher. Die Belichtung ein bisschen rein. Ja. Können auch natürlich individuell noch was an der Bewölkung anpassen und verändern. Ja, nicht ganz raus wollte ich sie nicht haben. Genau. Aber so vielleicht. Ja. Und noch eins ein bisschen seitlicher. Fantastisch. 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 So, 160 sind beinahe erreicht. Wir schalten mal ab bzw. lassen auslaufen. Vom Mühlheim Hauptbahnhof steht ein Geschwindigkeitsprüfabschnitt, der mich sehr, sehr, sehr regelmäßig abschießt. Und ich würde es bevorzugen, wenn es diesmal nicht passiert. Daher bremse ich schon mal jetzt langsam rein, damit wir die 130 erreichen. Ah, scheint aber soweit zu funktionieren heute. Das ist, glaube ich, in der Regel hier so der Geschwindigkeitsprüfabschnitt. Ja. Hallo. Regionalbahn könnte die RB33 gewesen sein. Ich habe es jetzt nicht genau gesehen. Und Mühlheim Hauptbahnhof ist nur noch zwei Kilometer entfernt. Daher bremsen wir auch schon mal langsam rein. 100 kmh angekündigt. Und hier, wo diese weißen Gebäude da auftauchen im Horizont, wissen wir, da ist die Einfahrt von Mühlheim Hauptbahnhof. Man kann das hier in Realität immer ganz gut an so Landmarks erkennen, wo welcher Halt ist. Da muss man gar nicht so sehr dann auf den Fahrplan immer drauf gucken und auf die Kilometrierung, sondern weiß, aha, das Gebäude, okay, da ist dann der Bahnsteig oder da ist dann das Signal. Na, Streckenkunde ist nach wie vor von höchster Relevanz. So, wir gucken mal, dass wir in der Haartafel in etwa stehen bleiben. Wobei ich nicht weiß, ob die Haartafel für uns galt, aber ich denke mal schon. So, Türen auf. Schauen wir mal, für wen oder was die Haartafel galt. 210 Meter und wir haben eine Länge von 150 Metern. Das passt also. Wir lösen schon mal die Bremse, ziehen die direkte Bremse an. Also im Grunde genommen hier die Zugbremse, die wird gelöst und die Lokbremse ziehen wir nochmal an. Das heißt also, nur unsere Lok hält mit ihrer Bremse jetzt noch den Zug. Aber das dürfte ausreichen. Ist ja jetzt kein schwerer Güterzug und das Gefälle. Ja gut, wir sind nicht ganz auf der Ebene, schon ein bisschen gefährlich. Aber sei es drum. Ach, schön, 111. Altbaum-TSW finde ich so, so toll. Wir hatten lange wirklich nur, nicht nur, aber weitestgehend die modernen Fahrzeuge. Die haben zwar auch ihren Charme, aber so Altbau, ach, schon nochmal was anderes, oder? Wobei das natürlich nicht ganz stimmt, dass wir eben nur Altbau hatten. Es gab ja durchaus schon sehr früh im Lebenszyklus vom Transom World ja auch schon Altbau-Fahrzeuge. Die Baureihe 155 zum Beispiel. Oder Oder die Baureihe 143, die ja auch sehr, sehr früh schon ins Spiel gekommen ist und mitnichten als modernes Fahrzeug bezeichnet werden kann. Gut, wir sind ein Ticken zu früh abgefahren, aber ich denke, das passt. Gut, wir sind ein Ticken. So, ab hier gelten 130. Ich dachte kurz, das Signal hier links sei für uns, aber das ist es nicht. Das sah von außen gerade so aus. Vorbei hier an Mülheim-Sturm. Müsste, glaube ich, Sturm sein. Nee, West. Und wir dürfen 150 fahren. Wir lassen wieder ein bisschen die Leistung ablaufen. Und da kommt der Kollege vorbei im Gegenzug und direkt die S-Bahn hinterher. Die S-Bahn 1. Schön. Das ist dann Sturm. Einmal hier die Unterführung. Und auf der anderen Seite geht es wieder hoch. Einmal über die Ruhr. Und da kann man dann da hinten, das sind die Gleise, die dann nach Oberhausen führen. Hier ist im Grunde genommen so ein riesiges Gleisdreieck. Und in der Mitte dieses Gleisdreiecks müsste jetzt eigentlich noch ein Windrad stehen. Das fehlt hier leider. Und dann sind wir auch schon kurz vor Duisburg-Hauptbahnhof. Dann lassen wir mal die Leistung abschalten bzw. auslaufen. Und jetzt schalten wir ab. Eine PZB-Arme Fahrt heute. Hier nochmal die 100 angekündigt. Und wir sehen, wir haben halt zu erwarten, also doch nicht ganz so PZB-Arm. Einmal mussten wir dann doch nochmal zum Schalter greifen. Nämlich zum PZB-Wachsam-Schalter. Den drücken wir sobald wir am Signal vorbeifahren. Nämlich genau jetzt. Und sehen, die 1000 Hz-Bereinflussung leuchtet. Das heißt also, wir müssen auf unter 85, möglichst schnell. Das ist jetzt der Fall. Und dürfen aber nicht vergessen, dass noch ein 500 Hz-Magnet auf uns wartet. So, und nächster Halt, Duisburg-Hauptbahnhof. Hier werden wir dann abgelöst. Ja, man müsste sich mal vorstellen, stellt euch vor, wir hätten irgendwann mal eine Strecke, die noch darüber hinaus geht. Oh, ein Vektron, hallo. Ich glaube, der setzt sich auch gerade in Gang. Auch eher eine seltene Sache, Güterverkehr auf dieser Strecke, beziehungsweise wenn, dann nur in der Nacht. So, ein bisschen zu früh angehalten, aber ist in Ordnung, würde ich sagen, oder? Genau, wir stehen komplett am Bahnsteig. Ich wollte noch sagen, der Güterzug, der gerade an uns vorbeigefahren ist, normalerweise nehmen die in Duisburg, wenn, dann dieses Gleis hier außen. Und umfahren praktisch so mit dem Bahnhof, statt durch den Hauptbahnhof durchzufahren. Aber wie es scheint, war ja wohl gerade Platz im Bahnhof. Ist es ja auch ganz offensichtlich. Heute nicht so viel los, eher eine Flaute. Aber okay. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht es gut. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.